Guten Morgen, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Das Wetter ist schlecht, es regnet, es ist grau und ungemütlich, aber wir machen es uns gemütlich hier in der Werkstatt. Und zwar möchte ich euch mal etwas über die letzten Tage erzählen, was denn hier passiert ist. Am Dienstag haben wir den Anhänger beladen. Und zwar der ganze Müll um das Haus herum, hinten im Garten. Das musste alles erstmal weg. Das wurde bei der ersten Fahrt gemacht. Und die zweite Fahrt war dann für das ganze Baumaterial gedacht. Da waren noch alte Türen vom Haus. Das musste auch noch alles weg. Und dann hatte ich hier endlich mal ein bisschen Platz im Nebenraum. Denn da habe ich jetzt meine Tischkreissäge stehen und meine Absauganlage. Da ist jetzt im Moment kein Licht. Das wird noch später gemacht. Ich warte nämlich auf meine LED-Panels. Die werde ich dann dort noch montieren. Und bei den ganzen Umräumarbeiten habe ich ein paar Multiplex-Platten entdeckt, also Reste. Damit habe ich mir dann dieses Regal gebaut, wo dann die ganzen Öle drin sind, die ganzen Lacke, Reinigungsmittel. Und die werde ich natürlich später, also die Lacke zumindest, die brennbaren Sachen, werde ich später in einem Metallschrank legen. Der wird sich dann aber auch drüben befinden, in dem anderen Raum. Weil Lacke, brennbares Zeug, sollte man natürlich jetzt, also Verdünnung und sowas, sollte man nicht offen in so einem Holzregal aufbewahren, sondern wirklich geschützt in einem Metallschrank. Das Regal kennt ihr noch aus meiner alten Werkstatt. Das habe ich ein bisschen modifiziert. Hier habe ich noch so Zwischenböden reingesetzt, verschraubt, verleimt und meine ganzen Schrauben drin verstaut. Das sind jetzt nicht viele, es sind aber noch einige hinzugekommen. Dafür werde ich auch noch so kleine Kisten bauen, beschriften und dann dort reinlegen. In der Schublade befinden sich auch noch einige Schrauben, Torx-Schrauben und dann die Crack-Schrauben, also hier für Pocket-Holes. Die habe ich jetzt auch noch hier in die Schublade reingelegt. Die brauche ich jetzt nicht immer. Aber es ist schön, dass die ordentlich und sortiert hier in der Schublade gelagert sind. Diese schwarzen Kisten, die habe ich mir mal rausgesucht und der liebe Robert von Neue Werkstatt hat mir die aus meiner Amazon-Wunschliste zukommen lassen. Auch das Regal zum Beispiel gehört zu dem Set. Da sind diese kleinen roten Kisten dabei mit der Kunststoffhalterung, Wand. Das werde ich natürlich ersetzen durch ein schönes Holzregal. Pass genau für diese kleinen Boxen. Sieht meiner Meinung nach schöner aus in einer Holzwerkstatt. Wenn man schon mal aufräumt, sortiert, dann sollte man das natürlich auch mit den Werkzeugen machen. Wie zum Beispiel meine Schraubendreher, mein Schreibzeug, meine Messmittel und hier seht ihr dann noch meine ganzen Zangen. Musik gehört natürlich auch in jede Werkstatt, damit es nicht langweilig wird. Ich habe hier auch so eine kleine Halterung gebaut für das Smartphone und kann dann direkt über Bluetooth, kann ich das Ganze dann nochmal koppeln und hier schön Musik hören oder auch YouTube-Videos schauen. Ja und gestern bin ich dann doch mit der Elektrik fertig geworden. Ich habe gedacht, ich bräuchte heute noch ein bisschen dafür, aber ich habe gestern bis 21 Uhr hier noch in der Werkstatt an der Elektrik rumgemacht. Ich habe ja endlich Strom hier an der Wand. Zwei Steckdosen habe ich jetzt hier. Ich habe eine Steckdose an dieser Wand. Dann habe ich zwei Steckdosen an meiner Tischbaumaschine. Dort zwei, einmal für das Licht und einmal für die Tischbaumaschine selber. Und dann habe ich hier noch direkt am Eingang, am Tor, habe ich auch noch eine Steckdose montiert. Jetzt sieht das natürlich total bescheuert aus mit der Lücke dazwischen. Der Lichtschalter, der war eigentlich für eine ganz andere Stelle vorgesehen. Wenn ich jetzt mal das Tor öffne, dann ist es schon sinnvoll, wenn man auch hier einen Lichtschalter hat. Und ich wollte einfach hier diese Linien nicht unterbrechen. Deswegen habe ich das Rohr so runtergezogen und da auch direkt den Lichtschalter hingesetzt. Man hätte natürlich den Lichtschalter hier hinsetzen können und dann das Rohr irgendwie rübernehmen oder rüberziehen. Wollte ich nicht, ich habe es einfach so gelassen. Mir gefällt es auch so. Hauptsache es funktioniert. Was mich hier in der Werkstatt noch etwas stört, ist der Betonboden. Ja, der ist ja nicht abriebfest. Ja, es entsteht Staub. Und wenn man hier mal ein bisschen kehrt, da kommt der ganze Staub hoch. Und das ist natürlich nicht schön. Ich habe mir überlegt, den Boden vielleicht zu lackieren mit Bodenlack. Aber mit der Zeit ist da ja auch irgendwie Verschleißabrieb. Und das sieht dann nachher nicht schön aus. Ich kenne das aus meiner damaligen Kellerwerkstatt. Da ist es nämlich auch so gewesen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich OSB-Platten verlegen. Und das Ganze sieht vielleicht sogar hübscher aus. Und ist wahrscheinlich auch gemütlicher, drauf zu laufen, zu arbeiten, zu stehen. Und schont, glaube ich, so ein bisschen die Knochen, habe ich mir sagen lassen. Jonas Winkler hat es übrigens mit Eichedielen gemacht. Sieht richtig geil aus. Ja, dann habe ich noch hier, habt ihr wahrscheinlich gerade eben auch schon gesehen. Das Tor habe ich mit Styroporplatten verkleidet. Der Lärm, der wird dadurch so ein bisschen gedämmt. Und die Schlitze oben, auch unten, die werden natürlich auch mit so einer Gummilippe verschlossen. Ich denke mal, das war auch jetzt genug Informationen. Ihr habt da halt ein bisschen gesehen, was so im Hintergrund passiert ist in den letzten Tagen. Was noch gemacht werden muss. Ich bin jetzt aktuell mit dem jetzigen Zustand einigermaßen zufrieden. Wie gesagt, wenn hier noch die Decke gestrichen ist und der Boden vielleicht noch fertig ist, dann werde ich es hier ordentlich schön gemütlich haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt auf jeden Fall eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vergisst bitte nicht zu abonnieren. Und Kommentare schreiben. Liken, Daumen hoch oder auch runter von mir aus. Aber bleibt auf jeden Fall aktiv. Macht's gut, Leute. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.